Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim Gamer Impuls. In diesem Video möchte ich euch das geheime Abzeichen zeigen, dass es in der neuen Aktivität Korridore der Zeit gibt und da müsste einen gewissen Code ablaufen, wie die ganze Aktivität funktioniert und wie die anderen 19 Codes heißen und wie sie sind, darüber werde ich heute am Abend ein Video machen. Aber ich habe mir gedacht, dieses geheime Abzeichen ist wichtig für euch, denn das kann man nicht so herausfinden, das hat die ganze Community herausgefunden. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, welche Symbole das sind. Ich werde es euch auch unten in der Videobeschreibung auch noch reinschreiben, welche Symbole ihr da ablaufen müsst, damit ihr am Ende natürlich das Abzeichen bekommt. Ja, das ist auch schon alles von mir. Könnt euch gerne das Video bis zum Schluss anschauen, würde mich freuen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, um mich kräftig zu unterstützen und natürlich die nächsten Videos nicht zu verpassen. Schaltet die Glocke ein. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Aktivität, auch wenn es ein bisschen eintönig ist, aber es ist wieder etwas Content da. Na gut, wie gesagt, das andere Video mache ich heute Abend und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und nicht vergessen, immer schön Gamer bleiben. Bis dann! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.